Glorwolf, danke für die 5 Sub-Gifts, 5 Sub-Gifts, my man, 5 Sub-Gifts. Bro, 5 Sub-Gifts, easy. Warte mal, Reefed, brah, was ist mit Reefed? Hat Tony irgendwas Wehres geschrieben in meinem Chat? Oder Video? Ich will deinen Arsch saft trinken, gib mir eine Flasche davon. Metal Boy 888. Warte mal, ist das HD-Account? Haben wir Metal Boy 888? Hat Metal Boy 888 bei mir schon geschrieben? No way. Reefed hat mich gesperrt. Warum wohl? Warum wohl? Oh mein fucking Gott. Alright. Du bist ja auch gesperrt, Chef. VIP-M. Digga, wie random. Metal Boy 888, Junge. Ich will deinen Arsch saft trinken. Am��. Am вс. Ami. Am. Aqui. Vielen Dank.